Ist es von der Sunnah, dass man Knoten löst, wenn man einen Knoten vorfindet? Allahu A'lam, so eine allgemeine Überlieferung kenne ich nicht. So eine allgemeine Überlieferung kenne ich nicht. Was wir wissen, ist aus Surat Al-Falaq und die Knotenbläserin, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die dann hereinpusten, weil die Knotenbläserin, wer sind sie? Wen meint Allah hier mit Knotenbläserin, die? Die Zauberin. Weil wenn sie einen Knoten binden, dann pusten sie herein. Ja, das wissen wir von Allah ta'ala. Bitteschön.